oh aufnahme läuft hallo offenbar Prozent ich bin müde ich bin wahrscheinlich zwei stunden wieder so folgendert Prozent wurde dazu ziehen 17 30 wahrscheinlich unter stunden danach wird doch ihr sind der link mal sie nicht zu schaffen dann muss das auch schon ganz aufgeregt ja ja wenn was er plant ihr wisst bescheid Prozent ja mal gucken ich muss ein kraftraben sie haben keine Ahnung das machen soll vor allem nicht müde wenn ich unkonzentriert bin wir werden sehen wir werden sehen ja ich bin froh wenn ihr da seid wie gesagt heute 17 30 nehme ich an vielleicht ein bisschen später vielleicht 740 mal gucken wie ich so starte halt so lange das ich Bock habe wahrscheinlich wie immer anderthalb stunden danach es gibt mir eine Konzentration sowieso zu neigen dann hat sich es erledigt und dann schön das würde mich sehr freuen wenn ihr kommen würden danach halt noch eine Runde ESO falls ihr da auch noch Interesse habt ich muss noch ein bisschen Diebenskiller spielen ja denn bis später www.tut.tv kennt ihr ja selbe Stelle wie eigentlich immer tschüss